Leute, Kacke, wir haben ein Problem. Mama fährt jetzt gerade weg und sie meinte, so eine Frau hat sich bei ihr gemeldet wegen unserem alten Vogelkäfig und ich soll da rangehen, wenn die kommt. Und dann soll ich sagen, 70 Euro und sie soll nicht mit mir handeln. Digga, Leute, das kann ich nicht. Ich muss das jetzt üben. Okay, ich gehe so ran. Hallo! Ah, sind Sie hier wegen dem Vogelkäfig? Ja, wollen Sie sich den mal angucken? Schauen Sie mal, ist das nicht toll? Ey, das ist ein 5-Zoll-Käfig. Da passt ein Papagei rein, ey. Wollen Sie denn? ...haufen? Ähm, ja, äh, was, äh, wie viel denn? Ja, 70 Euro. Ja, geht auch 65? 70 Euro. Geht auch 65? 70 Euro! Geht auch 65? 70 Euro! Okay, Leute, wie mache ich das? Nein, was ist das, wenn sie wirklich sagt, geht 65, dann sage ich, nee, Mama hat mir gesagt, 70 Euro. Der Rest ist Taschengeld für mich. cast irgendwas, sag warst十八нос, joh,石膩, ...wenks an, oh, ja. всем ist es ges сказать,